So, willkommen zum nächsten Minecraft-LP und erstmal danke fürs Kommentar mit dem Energy-Sensor-Cat. Ich weiß nicht, wie ich hier auf die Central-Location-Card komme, also das Ding kommt am Schluss raus, wenn man das benutzt. Das war mal wieder so ein Epic-Fall von mir. Ja, ähm, gut, äh, gut. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, das Ding zu craften. Und, gut, falsch machen kann man wahrscheinlich eh nicht mehr viel. Gut, ich schaff's immer wieder, also, für mich heißt das immer nix. Äh, vier Kabel so und, was ist so? Genau. Und ein Paper-Brand, oh, da werden alles dabei. GG. Wir hatten sogar alles gekauft, aber irgendwie, ja, Fall. Remote-Sensor-Mount-Sensor-Location hat recieved. ah ja genau und jetzt funktioniert das einfach mit 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 irgendwie irgendwo wo ist der mutter ist der vielleicht so jetzt läuft erstmal wo ist der ich bin so blind oder ist echt nicht da kurz schlafen vielleicht ist er auch unten irgendwo im zukünftigen lager das ist echt krank ist schon folge 97 das geht sau schnell irgendwie ja das kann noch glück gehabt ich dachte mir schon er wird weggeschmissen und habe keine ahnung wie er wieder heißen so das wäre so ein fail like level up oder so naja vielleicht können wir auch da einbauen schaut bestimmt auch nicht schlecht aus dann können wir gleich hier ding sparen so naja das können wir jetzt reinhauen und genau so ist storage freeze starten wegkauern und nur energy und genau eins genau 46 prozent gefüllt 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 also ich muss ich denke mal wir könnten uns gleich aufladen jetzt haben wir schon mehr geschafft also sind jetzt in folge ungefähr okay gutes fail aber naja oder ist das ein hai macht machst du damage ja irgendwie weniger so alle pipelines gekraftet das heißt kurz mal rechnen was haben wir halt dienst am montag dienstag dienst da glaube ich schon ich bin gerade echt ein bisschen neben von dem her ja lang dauert es nicht mehr bis zur hundertsten folge ich denke mal ich werde morgen ja ich vielleicht mache ich dann morgen sogar schon die ganzen sagen ja die folgen davor die restlichen folgen ja einfach nur sicher sein kann das auch wirklich zeitlich schaffen so nicht dass irgendwie in upload die fall gibt also es wäre echt ein fällen ich weiß gerade auch bis zum blöd dass ich jetzt gerade keine hacken zu dabei haben das hat sprach erst mal next crafting box so so stück machen wir es machen vielleicht da so knalltisch diese hat gerade ging dann mal so 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 genau genau fahrt So schaut's aus. Ich hab das hier einfach mal hinten... äh da hinten rein, vor allem da hinten. So, so, so. Eine automatische Farbkart muss ich jetzt auch bauen, sondern ich kann nicht zu viel machen. Das ist richtig extrem. Unsere MFSU mussten wir auch mal drunter schauen, dass die uns hier irgendwie überfüllt oder so. Ha, überfüllt vor allem. Der war's mal wieder. So, jetzt haben wir hier eine vergiftete Kartoffel. Die irgendwie kein Gift damage macht. Neu. Also es geht echt sau schnell mit dem Atomkraftwerk und so. So, Kartoffeln. Jetzt ruts ich noch sau schnell auf, das ist Wahnsinn. So, gut, das können wir jetzt noch machen. Und, äh, da, da stehen. Da rein. Äh, overclocked. Wie viel haben wir jetzt? Vier. 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 Äh, okay, das reicht eigentlich jetzt erst mal. Ich krieg das eigentlich wieder. Doch immer nicht. Gut. Egal. Ähm. 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 Ja. So schnell kann es gehen. Puh. Boah. Ich laufe einfach mal kurz da ein, zwei Rumpen nach der Gegend. Vielleicht fällt mir mit einem. Und laufen. Ja, 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 ja. Boah. Kack Vier. Ich wollte dem Magic Room unten. Und deshalb wollte ich auch noch Magdard. Ich wollte zu viel machen. Ich will zu viel machen. Ich werde doch zu hier den Minum Stone. Ich wollte hier ... Na, nicht so. Auch nicht so. Das war so ein C. R E V F X Magdard Y okay so was nicht geplant und so war egal ich will das ganze einfach nur das handeln machen so mein gott muss ich jetzt erst mal so frag also es ist echt sehr eigenartig na gut es funktioniert hauptsache es ist erst mal das wichtigste ganz echt so ein bisschen strand mäßig naja strand mäßig anführungsstrichen ausschaut so komm also die minum stone ist eigentlich ganz praktisch und so wenn man wüsste wie man bedient nur die geräusche sind ein bisschen eigenartig und ich finde die bisschen überflüchtig so perfekt was ein bisschen zu perfekt naja ich wollte vor irgendwas bauen aber jetzt fällt mir nicht mehr ein das ist echt ein bisschen bitter ziemlich sehr extrem übertrieben wird also ich bin eigentlich schon alles abgefärmt komplett anscheinend fast komplett ich hab nicht frei so heute ist eigentlich nicht schlecht aber export so gesagt da können wir vielleicht ein bisschen einfach bin so mit endspurt zur hundertsten folge wenn es auch nicht unbedingt so ein schöner endspurt ist aber naja wobei farben ist eigentlich nicht schlecht glaube ich nicht langweilig ich hoffe die kühle ist nicht weiter nicht kleiner ist ich sag nichts mehr fällt einfach nur und naja was mir aufgefallen ist wenn ich das wie du rennen hat dann dreht den kontrast extrem hoch und teilweise ein bisschen eigenartig ich weiß gar nicht fällt es nur mir auf oder bitte mir nur ein aber kannst du in kommentare schreiben weil ich nicht wissen und uns vielleicht also ich will es nicht ewig weit nach unten buddeln aber vielleicht haben wir trotzdem mal kurz zu glück und wir haben einfach jetzt mal so eine hülle die wird es erst mal so instant finden also ich weiß ich muss mir das fakten setzen so ich denke meistens auch nie dran und jeder weg so ein paar blöcke haben wir vor uns und jetzt ein paar kappels formel wir haben ja noch nicht genug so keine hülle ich dachte mir muss einfach mal drei blöcke nach unten und wir haben da eine hülle oder vielleicht sogar ein riss oder so aber scheinbar ist da gar nix also echt null oh mein Gott so viel zum klima farmen nikolait wow das ist ja extremst useful jetzt kann ich erstmal darauf springen ich glaube eine fackel ist das mehr wert als es ein so ein komischer das ist komisch ist der kappel also nutzt es jetzt eh nix und im prinzip haben wir eh nicht mehr als genug tja und das ist eine ölquelle das öl könnte nur abpumpen ja das öl könnte nur abpumpen das wäre echt eine geile idee das wäre sogar sinnvoll oder am letztendlich 은 was immer lauter und immer lauter und unheimlich ganz allein hier ich höre schon oh kupfer über uns unter uns fach fach gut kopf brauchen wir sowieso vielleicht kommen sie erst mit dem mock gleich auf uns runter geflogen oder Was ist das? Jol!